Aufgrund eines kleinen Roadbook-Fehlers haben wir es nicht mal geschafft, vor den anderen zu sein. Mal gucken, ob man was sieht. Einmal Harry Hirsch hinter uns. Harry Hirsch. Harry Hirsch. Ja, ja. Immer diese Fahrfehler hier von den anderen, ne? Und du hast ernsthaft Angst und verfährst dich mit mir, also bitte. Ja, ich hab mir noch mal geklappt. Ich kann ja nicht fehlen, aber ich kann wenigstens den Roadbook lesen. Hui, die Strecke ist geil. Kann ich ja nicht sagen, ne? Hat Spaß? Das wollte ich hören. Guck mal, Harry ist weg. Was? Vor dieser. Da hänge. A-ha-ha-ha. Ja, bitte. Haha, ich habe einen Harry ab. Hahaha. Die passt. So, hier müsste nachher irgendwann eine T-Kreuzung kommen, zweimal hintereinander, okay? Gut, werden wir erstmal rausfinden. Äh, ne, das ist, äh, links. Das ist nochmal links. So, da das Alphabet, was so der Führerbunker steht, wie dieser, das ist kein Dembe, Sascha ist ein Deutscher, wenn es politisch informiert, weiß, dass jeder Fünde stört, wenn auch sein teuer Schäfer und wenn es nicht nur das ist, wie dieser, das ist kein Dembe. So, da das Spiel ist, wie dieser, das ist kein Dembe. Ach, der Mann wird so langsam auch alt. Findest du? Möchtest du noch ein paar Worte an Harald richten? So als Verabschiedung oder Todesunfall? Also Harald, ich wurde gezwungen. Gestern hatten wir das alles auf einen kleinen Zettel gestrickt. Ja. Ja, ja, ja. Puh und so. Na gern. Ja. Na. Ja. Kita. An. Effects des. Icha.